so ich meine ich könnte jetzt speichern und könnte einfach weitermachen aber wofür habe ich den rest des spiels die ganze zeit nebenmissionen gemacht kann ich das jetzt auch beibehalten ich habe keine lust meine legatus viecher sauber zu machen faktisch noch mal dazier und premium code kann ich ins katzenverstück gehen weil das sind die dosen zum spielen ist ja beruhigend gucken was die katzen jetzt schon wieder gefunden haben selbstzüchtigung 250 prozent noch mehr futter ist akira tot noch weitere fragen er ist genauso überlebt wie wir das ist enttäuschend ja das ist es du brauchst die lehroyal im obergeschoss kriege ich das eine portion käfer im glas aha das klingt richtig schmerz kann ich meine waffen upgraden guter noch mal side quest und hoffen dass wir zwei premium kurz kriegen hast du irgendwas davon nope nope das gar nichts das ist beruhigend okay angeblich ist hier irgendwo ein typ der kram verkauft bestimmt hier bobbele dahinten oh kommt auch okay dann muss ich die lehroyal und hmm es bringt geschützt ohne der oben verkauft auch bestimmt geschützt drohnen fucking täuscht ich schwöre wenn irgendeiner gleich ein obst kern haben will dreht durch geschützt ohne einfach schon mal aus prinzip fucking trade quest du hast nichts mehr was ist mit dir chemien verprügeln let's go du bist der falsche niemand mag dich jetzt können wir reden ich könnte einfach op modus gehen aber ich fühl mich so schon op noch mehr natürlich natürlich ich ich Ahahahahaha Vermutlich sind die letzten Sidequests Ich habe es nicht verstanden, es gab jetzt 12 Reiner Challenge Mode, ok Ja, dann mache ich die jetzt eben noch, mein Gott Wie gesagt, es klang halt auch hart nach Point Oh mein Gott, ihr fliegt Niemand hat was von fliegenden Viechern gesagt Au Ich sollte dir echt noch ein paar Upgrades geben hier Oh mein Gott, aber Leck mich Ich will leben Mastos Oh, ok Okay Was ist das dann? Gut Premium Premium Nice Was ist mit dir? Kennen Damit habe ich das alles fertig, dann kann ich wieder reingehen und die schon mal abgeben Ähm, der Typ mal, ne der war hier Ähnelt gewöhnlich, als ist er für sich, suche er irgendwie mit einem speziellen Kniff Ok Ok So Nicht jetzt Ich hätte echt noch gerne einen Premium Code, das wäre super Ach so Ach so Ach so, was ist das Ding hier Ja klar, ich passe auf die auf Oh nein Oh nein Ok, also passt sie jetzt auf sie auf? Oh Ok 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 Okay, das war easy. Ach, es wäre echt nice, wenn ich noch einen Premium-Code irgendwo herkriegen würde. Ist das noch irgendeine Main Mission? Es sind noch zwei Main Missions. Oh, Akira soll den Energie drin kriegen? Okay. Machen wir das mal. Mh, 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 mh. Okay. So, ein Herzenbrennender, ach ja, das ist der Typ, der das Lappy-Ding suchen gegangen ist. Das heißt, ich kann mich actually um die Side Missions kümmern. Machen wir uns erstmal das hier. Warum bubbelt mein Arm so? Ach so, wahrscheinlich weil meine Fusion-Ready ist. Okay, wenn ich hier bin, kann ich gleich mal eben hier gucken, ob ich ihn hier irgendwo finde. Bitte sag mir, du bist der Typ, den ich für die Quest brauche. Das wäre super angenehm. oder auch nicht. Hm, kein Spruch von den Brenner-Typen, hm? Nicht hier. Das hier sieht halt so real aus. Hm. Dem habe ich geholfen? Oh, hi. Ja. Ja. Ja, ich habe keinen Apple-Pisch. Saddly anime Gott sind sie tanky Die Formel ist so super schwach Die braucht ewig zum laden Ich habe sie nicht Ich habe sie nicht Ich finde den Typen gerade nicht, das wohnt mich ein bisschen. Warum ist da ein Elmi da oben? Hier wurde da gerade ein Elmi angezeigt. Dein Ernst? Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Gibt es sie in den anderen Kapiteln vielleicht auch und ich habe die nur nie gesehen. Livia dann? Okay, close enough. Okay. 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 Das war's für heute. Ich finde es gut, dass Axel Legion mehr Schaden macht als meine Ultimate Form. Wie nur seltene Materialkodes? Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die ich reingezogen wurde, weniger damage gemacht hat als mein normaler Tja. Ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich jetzt nicht totes Overlevel. Das ist einfach... Diese fucking Legion ist so strong. Habe ich genug Materialkodes um meine Waffe aufzubringen? Ne, mir fehlt noch einer, oder? Vielleicht braucht es 6. Ich habe glaube ich 5. Was ist mit euch los? Ich wollte ihn schon chainen und hinterherlaufen. Ich kenne den Kerl schon seit Kindertagen, aber seit kurzem verschwindet er jede Nacht. Seine Tante macht sich Sorgen. Ich helfe dir, alles gut. Muss ich ihm folgen, oder? Oder? Mhm. Bin ich hier? Komm doch weiter, Junge, please. Was ist es los mit dir? Paranoia? Paranoia. Ich habe gerade irgendwie geschafft, über Glas zu laufen, ohne viel... ...nütz zu machen. Interessant. Interessant. Komm schon, kriegt er wieder ein Paranoia-Anfall, Junge. Alter, wo willst du hin? Nach Bagdad und zurück? Mit das kleine Rotzblach hat... No fucking way. Ich habe gelernt, was Gras-Krach macht, Spiel. Fuck you. Er sieht mich nicht, er sieht doch nicht meine Waffe, die da unten irgendwie... ...w-w-w-w-what? Huh. Okay. Okay. Abgeriegelter Raum, huh? Die werden bestimmt freiwillig mitkommen. Gar kein Problem. Oh. Falscher. Moment. 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 Ist das nur noch ein Schlepp 하겠습니다 ... Moment. Moment. Oh, 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 oh. 10.000 Point Blackfeuer-Bälle. Cool. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on. Das ganze Shield hat gerade den gesamten Schaden gefressen. Ich werde nie mehr. No joke. Okay, das ist... Und da fragt noch wer, warum ich der Meinung bin, Axtlidion ist okay?